Das Highlight für mich war natürlich, dass ich bei der Blind Audition meinen eigenen Song singen durfte. Eva ist für mich die Erste in dieser Voice-Staffel, die in ihrer eigenen Sprache singt und klingt. Egal, was sie in Deutsch singt, ich glaub ihr jedes Wort. Eva Croissant ist in den Live-Show. Das ist schon mal nochmal was sehr, sehr Besonderes. Wir sind nur noch 32 jetzt. Das ist schon cool, da dazu zu gehören. Das ist schon mal was. In den gegnerischen Tagen stellst du fest, dass du niemanden kennst.